ja leider gab es internetprobleme und darum nehme ich den sonnenuntergang jetzt gerade für euch auf und ihr seht ihn dann gleich auf youtube wenn ich ihn hochgeladen habe ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem sonnenuntergang und wir hören uns dann später noch mal wieder Vielen Dank. 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 Vielen Dank.